Kein Konzept, legendär und die Kids wollen mehr Das ist Twitch und Limmel Digga, pass die Usti, warum schreibst du ein Real Talk Emote in den Chat? Ist du dumm, Digga? Sag mir bitte, dass es ausgesehen war Sonst muss ich dich leider timeouten, Digga War Fehler, AML Was heißt AML? Ich kenne nur AMK, das heißt AML Alter, Bruder, sorry Schuhe vor der Tür ausziehen Wie kannst du Schuhe noch anhaben? Wtf, du lagst eben bei mir im Bett Was, Bruder? Was war das für eine Musik? Oh, der kannte das nicht, das Porno-Pintro Ich kenne es auch nicht Als wir den Motor umgebaut haben, da bin ich Oh, scheiße Ah Iiiiiiii Jetzt kannst du dich, das kannst du keinem erklären Oh, ja, das hat Spaß gemacht Warum heißt jede, wie hieß deine Grundschule? Schiller-Schule Und wie ich es meine Warte, okay, du musst jetzt wirklich raten, okay? Okay, du hast die Warte Nein, 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 du hast einen Versuch Einen Versuch Du könntest jetzt drauf kommen? Ja Ich sage, du hattest dann die Goethe-Schule Richtig Es gibt in Deutschland nur Schiller-Rutschlein Und Goethe-Rutschlein Nein, das ist kein Wasser Och, maaaann Oh, au, 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 meine Finger Was machst du? Meine, 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 meine Finger Da steht, man darf das nicht anfassen, das klemmt einem die Finger Au All right, Kevin, wir müssen wieder gewinnen, all right? Okay, geiler Tipp Das ist ein easy win, das ist ein easy win Wenn wir das choken, dann lösche ich meinen Twitch-Account All right Okay, nice Hä, ich habe jetzt nicht verstanden, warum ist das lustig? Wegen Haha-Emote Oh Bruder, ganz ehrlich, ich würde sowas in Deutschland einfach so über den Strand fliegen Strand, wahrscheinlich in Deutschland Strand Steh in the night Ah, 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 ah Steh in the night Hey Nico Ja Was ist? Ah, egal Alles gut Das sind die besten Sachen Das sind die besten Sachen Sie sagt, die Frau Hey Nico Ja Ach nichts, alles gut Komm, hör doch auf, Mann Was ist hier los? Du kommst, du hast echt nur, du hast keine Chance mit einem halbwegs existierenden Stammhirn in solche Twitch-Highlight-Clips einzukommen Bro, kardent, ich sag's die ganze Zeit, ich sag es die ganze Zeit dekadent Ich bin genauso zu smart für diese Clips, ich komm da nicht rein Ich will wissen, ob ich ne Sprach, äh, Sprachferung, äh, Sprachspü- Sprachschwerung Sprachstuh- ähm, ne Schwachsch- Ich wär so der Idiot, der so ein Kasten Bier mit hochgeschlägt, äh, geschlappt, äh, geschlagen, mit hochgeschläppet, mit hochgeschleppt hatte Anna, ich kann so ein Backflip Ne, aber konnte Hä? Ich hat sogar Oh, meine Stimme Wenn man das nicht rafft, dann ist man einfach nur dumm, Digga Ja, aber Ananas, das heißt ja nicht in Englisch auch Ananas, weißt du? Warte mal, auf Englisch heißt es Ananas? Ananas, glaub ich Ich muss noch was gucken Pineapple oder so, glaub ich Ah, Pineapple Let it go, let it go Ah, Pineapple Ah, Pineapple Wieder mal kein Konzept Videos, die keiner checkt Check die Klicks, ich mach Memes für die Kids Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nix verpasst Meine Clips, so ein geiles Produkt Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug Also abonnier kein Konzept Oder Big Mac, bahn den Weg Das Bait verpasst Die Klicks Vielen Dank.